Hallo, Servus, es gibt diesmal kein Donnerstagsvideo, denn es ist bald Neujahr und dann gibt es ein Neujahrsvideo und es hat ja zu Weihnachten am 25. ein Frohe Weihnachtenvideo gegeben und wir schaffen das nicht, zeitlich nicht, psychisch nicht und außerdem es gab extrem viel zu essen, es geht einfach nicht. Also, ich hoffe dieses Video jetzt, gerade jetzt, hat euch viel Spaß gemacht und freut euch aufs Neujahrsvideo. Tschüss Baba, drückt nicht Daumen rauf, drückt Daumen runter. Du sollst mir... Achso. Genau. Tschüss.